Wir testen im Qualitätstest das Burton Fish Cut. Hier unser Star Rider zeigt uns eine satellige Abfahrt mit dem Burton Fish Cut in Länge 1,50m. 1,50m, dann hüpfen wir los. Und wir testen hier das Barracuda. Oh ja, es fischt sich gut. Es fischt schon mal gut im Drüben. Ja, es fischt schon mal sehr gut an. Noggen, 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 Noggen. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja.